Und kommt endlich wieder zu, nein, Scherz, ähm, welcome back to Pokemon Crystal, ich habe alle Pokemon trainiert, Toxic Fire Level 25, hat sich entwickelt, ist jetzt in Golbert, und hat sich da Superschall Confustral erlernt, äh, sonst nix neues, sorry, muss anders, ne, ähm, Jäger Lover, also, Jäger Lover, hab ich ihn nicht umbenannt? Ach ja, es wurde ja leider nicht gespeichert, ähm, ne, Leute, ich mach nur mal ganz kurz, Pause, bis gleich, ja, wieder da, jetzt dürfen wir die nochmal umbenennen, ähm, irgendwie wurde es nicht gespeichert, aber die Trainingsdaten wurden schon gespeichert, ähm, ähm, da, Ne, 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 Ja, Tornado, Ne, Ne, Und Toxic, vielleicht hat sich halt nur entwickelt, und Tornado hat auch nix neues erlernt, oder doch, weiß ich nicht mehr, Ja, ich habe ihn noch weiter beigebracht, weil ich habe es beim Training gefunden, Ah, vielleicht ganz nützlicher, Ne, jetzt Tornado an vorne, Mal gucken, ob wir jetzt Bianca betteln können, Ja, deswegen müssen wir noch diese Trainerin machen, Mach ich mal weiter, Sollte dann ganz einfach sehen, Boah, Weiter wird der E-Lehrer und stärker, Habe ich vielleicht noch ein Jäger drauf? Schade, Wenn ich noch ein Jäger hätte, dann wäre Walzer noch stärker, Einfach nur jetzt einfach mein Glück, Ja, jetzt kommt Mildtank, Weiter, Ja, Volltreffer, Tornado, Hey, du bist echt der Geilste, Ja, Die wollte sich den Ohren geben, Die hat geheult, Ist die Tür offen? Ja, Dann treffe ich mal mal klar die Tür zu, So, Sagen, Schützungen gemacht, Wir kriegen jetzt von ihr Anziehung, Natürlich will ich diese TM nicht verwenden, Die ist schlecht, Ähm, Geh wir raus, Und holen wir uns mal hier, Die, Ähm, Achso, Wir müssen, Also, Die Trainerin sind hier alle besiegt, Habe ich über den Trainerin gemacht, Sind heute vielleicht die Safari-Spiele, Äh, Neuze, Gut, Dass ich es heute aufnehme, Weil heute gibt es ein Käfer-Turnier, Machen wir es einfach mal, Das stärkste Käfer-Pokémon gewinnt nämlich, Mal gucken, Mal gucken, Honey, Schwach, Pass, Auch Schwach, In der Generation, Pinsir, Stark, Ich will nur noch im Ball bleiben. Dann mach ich erstmal das Bild. Komm drinnen. Da fäll' ich. So. Wir bewerten nun deine gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Dritter wurde Pokéfan Wilhelm mit einem Pinsir. Mit einem Punktdrecher von 33. Okay, wir wollen ein Zweiter mit einem Pinsir. Ey, alle haben sich ein Pinsir geholt. Ey, wie unfair. Und dann nennen wir es... Ne, ne, im besten gar nichts. Na, den Tränen hab ich noch nicht gemacht. Mach ich mal Glut. Ach. Weil es hier mit Abras sind. Und Kadabrat. Das haben wir, glaub ich, noch gar nicht gesehen. Okay, ich breche jetzt. Langsam. Also der hat einem, glaub ich, noch mal einen Feuerstein gegeben. Oh gut, können wir sofort Glut machen. Der hat mir mal einen Feuerstein gegeben. Ja, okay. Okay, ja. Hm, was so nicht so schön ist. Okay. Okay. Das ist ein Mogelbaum. Wir haben ja nur Fenster. Ja, taub sie. Geh mal weg. Jetzt haben wir uns die Schlägekanne. Ah, ja. Man muss ja das Mädchen hier ansprechen. Bis dahin. Hier gib mir die. Okay. Oh, du bist ein Spirker. Hey, das gibt's nicht mehr. Das wird hier jetzt jetzt hier hingelaufen. Jetzt haben wir die Schlägekanne. Damit können wir jetzt... Also, ihr müsst... Okay, das hätte ich mir auch holen können, aber auch. Ihr müsst wissen, Gestein-Pokémon hassen, ähm, 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 Spiel-Real-Life. Äh, die hassen Wasser. Und Mogelbaum tut das aus dem Baum her. Aber Mogelbaum ist ja Gestein. Also... Hier hab ich... Soll ich den hier vielleicht ins Team nehmen? Nee, mach ich nicht. Ich mag keine Käfer-Pokémon. Und dann müssen wir einfach, ähm, wenn ich leggekanne. Okay. Mogelbaum, Mogelbaum, Mogel, Mogelbaum! Mogelbaum! Ähm, ich bring's um. Nee, ich flüchte. Ja, da ist jetzt aufweg. Und... Kennt ihr die Route? Die nennen es in Rosalia City. Beim ersten Orden, wisst ihr noch? Da kann ich jemand direkt mal auf Pinsidee... Boah, das wollte ich nicht. Ich kann mir direkt mal Pinsidee ablegen. Ähm... Ja, so war noch alles. Da können wir mal... Hier... Äh... Pipi... War falsch. Naja, gewiss auch. Wenn Zugabe ist, da kann ich keine andere Attacke einsetzen. Boah. Du sagst, boah, das mach ich jetzt mit Speed. Ich hab jetzt... Das ist fair. Unfair. Zugabe... Und dann noch Aussetzter. Hallo? Oh, mach doch schneller. So. Mh... Hier kann man, glaub ich, dann... Lady Jan! Ey, ich wusste gar nicht, dass es hier gibt. Das hier haben wir. Oh, hier, geh mal weg. 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 Guck mal, was es hier noch so viele Poks gibt. Lady... Ladybar. Hol ich mir Lady Jan. Ähm... Gibt's hier noch was Schönes? Was Schönes? Was Schönes? Was Schönes? So, wir müssen Lady Jan holen. Ich mein... Ja, komm. Boah, ich hab's gekillt. Gucken wir uns das doch einfach mal. Schaubergeleif 15 unlogisch. Mh... Ja, taucht die Level 15. Mh... Mach doch ein bisschen. Komm Lady Jan. Haben wir überhaupt noch Bälle? Ja! Da ist es ja auch schon. Okay, ich will erstmal den Köderball machen. Da würde sowieso nicht drin bleiben. Jetzt den Pokéball. Und das machen wir jetzt mit Self-Stats. Sorry, wenn ich mit Self-Stats machen muss, aber ich mach's einfach. Komm. So, geht doch. Wie nennen wir es denn? Ich hab meinen... Also, ich hab meinem besten Freund versprochen, egal welches Pokémon-Spiel ich spiele, er kommt vor. Das heißt... Er mag es ja auch so sehr. Er hat sich immer ins Holzsilver geholt. Egal welches Pokémon-Spiel ich machen, weil er wird ja... Er wird ja... Er wird ja Christi oder Christian zu sehen mitkommen. Mh... Die Poké... Ah, das ist Bill. Wir könnten erst zurück nach Ducatia gehen und dann könnten wir uns den Evoli abholen, aber... Hm... Evoli-Form. Wie wär's eigentlich, Herr? Was kannst du überhaupt? Kometen-Bieb ist gar nicht mal so schlecht. Ich hab dir ja... Kopfnuss versprochen. Du hast auch so einen Eisenschlädel, Chrissi, ne? Mh... Ja, holen wir's doch gleich mal einen Surfer. Dann müssen wir diese Kimono-Gölz fertig machen. Ja, mach ich jetzt einfach mit Walzer. Also, äh, haben wir noch ein bisschen... Hier ist Werner. Ah, das war dumm. Nein. Nein. Äh... Ey, wieso? Ich will doch Christi trainieren, hey. Ne, das ist ja sehr schlecht, das hat nur zu mir... zu ne große Verteidigung. Ja, Blusaug ist jetzt ganz gut. Weil... Okay, falls ja auf und nicht effektiv, wieso auch immer. Aquana... Hab ich auch nichts Gutes. Kometenheb. 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 Ich hoffe, ich klaff das. Oh, nein. Das hat mir jetzt mit Speed gemacht, weil... Mann, das ist jetzt einfach mit Speed. Blitzer. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm. Boah. Jetzt kann ich runterklampen. Und... Was ist das? Ach, das ist ein Ryseros. Okay. Und da gibt's dann einen Surfer. Hätten wir zufällig jemanden, der das... nur rein zufällig lehren könnte, wenn ich denn... Jetzt kommt ein Wasser-Pokens-Team. Machen wir heute noch den Geist-Orden? Wieso ist er nicht... Ach, ja. Ist ja Kristall. So, Ikune. Smogon. Das ist... Ne, es ist auch nicht Jens. Wer ist denn nochmal Jens? Ach, ja. So sieht er aus. Jetzt weiß ich's wieder. Und dann sehen wir von... unseren Rivalen... Zubat... Komer. Chrissy ist auch gleichzeitig... unser... Chrissy gegen Chrissy. Haha. Nein, nicht bitte. Nein, muss jetzt einfach sein. Kann ich's nur machen. Und immer so rumzwickeln. Dann kriegt er noch die EP. Tyrockrock. Ich hab das Gefühl, ich bin overleveled. Das ist gut. Weil, wenn wir am overleveled sind, dann kommen wir... Ich werd Kanto mitmachen, weil... Ohne ist es doch langweilig. Chrissy level 17. Was? Hallo? Außer ich bin drei Co-Ampuls. Wir müssen... Mh... Da waren gerade... so die Kuno und alle. Achja, jetzt war der... der Freak da. Ähm... Stärke haben wir noch nicht. Smokmok, oha. Kristall ist ja heftig. Ähm... Ist Jens jetzt da? Ja. Ja. Äh... Ich kenn... DG-weise. Ähm... Machen wir... Also... Ich werd jetzt die Arena komplett mit Toxic Fly machen. Also... Allpolo... Du kannst auch noch ein paar IP bekommen. Oh... Mann... So... Boah... Boah... Ey, ich mach... Oh, ich seh den noch... Ja, ich hab jetzt grad noch mal den Part angeguckt wegen... Ne, ich spitz nach. Ähm... So... Das lässt zwar jetzt sehr, sehr viel. Ah... Ja, wie soll man denn es da durch? So... Äh... Äh... Nochmal, nochmal... Und jetzt nach unten, damit ich ihn nochmal hallen kann. Boah, wie das lag. Das kommt... Damit kommt mir ja gar nicht klar, wer es schocken kann, ey. Wenn man das in Ordnung macht, dann mach ich nicht los. So... Vor den Tränen ran, dann so... 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 Und zack. Dann mach ich jetzt wieder mal den Speed an. Ähm... Trottel... Tausend. So, Nebulak. Mit Biss ist es weg. 1228. Ähm... Mit Biss ist es nochmal weg. Oh, Gengar. Einmal kommt Fußstrahl. Boah, Hypnose ist gar nicht gut. Boah, Gengar... Ja... Gengar besiegt. Und... Ja... Ja, haben wir auch schon den Geistorten. Ey, da bin ich... Sputball. Geil. Okay, Toxie vielleicht können wir später lernen. Ich heil nochmal auf und dann beende ich den Part. Guter zum Schluss machen. Ne, das ist so ein guter Platz. Also, ich beende jetzt den Part. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Na, was... Ihr habt Spaß gemacht, das sage ich immer wieder. Ihr habt Spaß gehabt. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye!